Und jetzt kommt noch mal die Musikale, ich habe der Heizung von Killesmoor! Hallo Berlin! Mein Name ist scheißegal, weil es ist wichtig, dass ihr alle hier seid. Einen Applaus für euch selbst! Ich bin extra 800 Kilometer hergefahren. Sind hier noch Leute aus Österreich? Sind hier Leute aus der Schweiz? Wer ist hier mit einem Auto angereist und weit weg? Wer ist mit einem Bus angereist? Gibt es hier Berliner? Sind hier Leute, die Frieden wollen? Wundervoll, wundervoll! Wieder ein bisschen was organisatorisches, die Polizei hätte gerne, dass wir ein bisschen von der Straße hier zurück uns kommen, weil anscheinend ein bisschen mehr Platz geworden ist. Egal, kommt ein bisschen näher zur Bühne, dann können wir hinten vielleicht auch wieder Autos fahren. Hin und wieder tue ich das selber und weiß, wie es ist, wenn man nicht fahren kann, wenn man will. So, das war's von mir. Viel Spaß! Dankeschön. Und ich hab mir gedacht, was ich euch denn noch erzählen kann, weil ich dachte mir, ihr seid eigentlich gar nicht die richtige Adresse. Also hab ich mir gedacht, check ich mir mal die Nummer von Angela Merkel. Sollen wir sie mal anrufen? Einen Moment. Es tutet, es tutet, es tutet. Hallo Angie! Einen Applaus für Angela Merkel, bitte! Sie ist nicht so begeistert. Aber sie hat gesagt, sie möchte euch auch mal erklären, was für ein Europa sie will. Hey, das trifft sich wundervoll. Das will ich nämlich auch machen. Okay, pass auf, ich schließe mal kurz das Handy hier an. Und dann machen wir einen Feature-Song. Kill us more featuring Angela Merkel. Let's go! Die Technik müsste jetzt auf live klicken. Tja, ich liebe euch! Wunderschön. Ich sehe, wir haben technische Probleme. Verschwörung. Okay, dann ähm... Okay, dann um die Zeit zu überbrücken, dann, ähm... Würde ich sagen, mache ich ein kleines A Cappella für euch. Weil es geht hier immer so viel um das Geldsystem. Ja. Dann machen wir kurz mal zwei, drei Fotografen bitte mal auf die Bühne, weil es wird gleich zu dunkel. Wir hatten alles eine rote Karte. Machen wir die Musik aus. Los, wir hatten eine rote Karte. Rote Karten doch! Zeigt die rote Karte an die Regierung! An die Konzerne! An den Kapitalismus! An die Zentralbanken! Ja! Los, ein paar Fotografen, die doch auf die Bühne! Zwei, drei Leute mit einer Kamera vielleicht! Zeigen wir die rote Karte! Was für ein geiles Bild! Ihr könnt nicht klatschen, aber das sieht Hammer aus! Ja, Mann! Stopp! Wahnsinn! Was für ein schönes Bild! Noch ein bisschen zu bleiben, noch mal Kameras schwenken. Ist die Musik bereit? Ja, die Musik ist bereit, oder? Also, Rock'n'Roll, ihr Lieben! Rock'n'Roll, ihr Lieben! Das ist der falsche Song. Wir brauchen den Ersten. Mit Merkel. Kill is more. Featuring Angela Merkel. Das Lied heißt live irgendwas mit Merkel. Kill is more featuring Merkel, oder? Wundervoll! Ah! Herrlich! Let's go! Ich will Europa. Auch ich will Europa. Ich will Europa. Auch ich will Europa. Ich will Europa. Aber ich will ihres nicht, dass un-demokratisch und so alternativlos ist. Ja, ich will Europa. Das ist doch selbstverständlich. Doch da haben wir ein unterschiedliches Verständnis. Denn neue Europa ist sicher nicht auf das der Menschen. Sonst hättet ihr nicht Angst vor demokratischen Prozessen. Frankreich hatte Nein gesagt. Holland hatte Nein gesagt. Ihr Land hatte Nein gesagt. Wo mussten sie ein zweites Mal an? Wo ist hier die freie Mann und Demokratie? Der Wille der Menschen ist euch doch nichts mehr wert, wie man sieht. Europa ist unsere Zukunft. Ich seh's genauso, doch Europa ist nicht EU, ist nicht Brüssel, ist nicht Euro. Denn wohin diese Reise gerade geht, das ist Hass, wenn in Griechenland die Jugendarbeitslosigkeit platzt. Mein Europa ist ein Platz für die Freiheit. Eures ist ein Staat, in dem man massenenteignet. Jugendarbeitslosigkeit und Straßenkämpfe. ESM und Euro für Finanzkartelle. Quecksilberlampen, die man uns einfach vorsetzt. Propagandatruppen in Lact Frontex. Europa, das sind wir alle. Dann fangt endlich an, es auch für alle zu gestalten. Ich will Europa. Doch das ist keins der Menschen. Ich will Europa. Doch wir meinen nicht dasselbe. Ein Europa für alle in Freiheit, das ist nicht euer Ziel. Doch das ist der Grund, warum wir auf die Straße ziehen. Wundervoll. Wunderschön, wunderschön. Aber eins ist noch ganz, ganz wichtig, weil ich jetzt hier gerade diesen Diskurs mit der Angela Merkel hatte. Es ist ganz wichtig, dass wir uns nicht auf einzelne Personen stürzen, weil die Angela Merkel ist auch nicht das Grundübel dieser Welt. Wenn die weg ist, wird die sofort ersetzt durch eine andere Angela Merkel. Oder einen Angelo Merkel. Und es sind auch nicht die Manager, weil wenn der Manager seinen Job verliert, wird er nur ersetzt durch einen ebenso, wenn nicht sogar blöderen Manager. Und es sind auch nicht die Vorstandsvorsitzenden. Wir haben systemische Probleme, das sind strukturelle Probleme. Das System ist das Problem und nicht einzelne Personen. Keine Nationalität, keine Religion, keine Personengruppe. Vergessen Sie alles. Und es gibt überhaupt nur einen, der was ändern kann. Einen, der die ganze Welt ändern kann. Das bist du selbst. Und jetzt kommt der nächste Song, der euch zeigen möchte, was passiert, wenn wir jetzt nicht anfangen und diese wunderschöne Welt noch wunderschöner machen. Let's go! Das ist die Welt von morgen, meine Damen und Herren. Achtet auf den Text. Die Welt wird morgen, wie wir sie heute hinterlassen. Wo Flüsse nicht mehr fließen und Bäume nicht mehr wachsen. Wenn Böden hier sterben, wir töten die Erde. Rot nur Wald, schütten Gift und Öl in die Meere. Sag mir, wie soll es enden, wenn es nicht jetzt stoppt? Versteht es, für den Planeten gibt es keinen Reset-Knopf. Doch wir müssen mit dem Bösen hier umgehen. Nach uns die Sintflucht ist das Motto des Systems. Und wir folgen einem Weg, der mit Kriegen planiert ist. Unsere Schritte sind viel, ist doch sicher irreversibel. Und viele interessiert's nicht, weil nur die Gier die Maxime in diesem mieseren Spiel ist. Was wollen wir bloß unseren Kindern erzählen? Wenn sie vor uns stehen und uns fragen, warum habt ihr's nicht gesehen? Was passiert auf dem Planeten? Für euch geht's um Gewinne und Verträge, doch für sie um ihre Leben. Die Welt von morgen wird, was wir heute hinterlassen. Die Welt von morgen wird, was wir heute hinterlassen. Kriegsschauplätze, die wir als Fußabdruck in den Sand der Geschichte setzen. Hört ihr die Kinder sprechen? Sag mir, warum? Schau ihnen tief in die Augen und verrat ihnen den Grund, warum wir es sahen, aber stumm zugesehen haben. Weil wir dachten, irgendwer will's tun, doch es kam niemals jemand. Ich frag mich, wann wir kapieren. Kinder handeln, wie wir handeln, denn sie handeln wie wir. Und weil wir handeln, wie wir handeln, ist der Wandel nicht hier. Wir zeigen ihnen eine Welt, von was inspiriert, denn wir retten weiter Banken, statt Menschen auf der Straße zu denken. Man kann helfen, sein verschwendete Gedanken, das ist letztlich was für Pflanzen. In denen, die uns folgen, sind geprägt von was wir taten, nicht von dem, was wir wollten. Belieb! Alle Arme in den Himmel! Die Welt von morgen ist unser Erbe, das wir hinterließen, geprägt von Folgen unserer Taten, die für immer blieben. Die Geschichte wird geschrieben, ganz ohne dich. Du kannst die Schuld von dir schieben, die Verantwortung nicht, weil doch nichts tun Folgen hat. Und wenn ihr mir nicht glaubt, dann seht euch die Welt von morgen an, morgen an. Ich zeig euch die Welt von morgen, passt auf. Mama, Papa, erzählt mir von damals, als die Luft noch frisch und der Regen nicht verstrahlt war. Denn mir erzählten meine Freundinnen, dass das Essen damals einfach von den Bäumen hing. Stimmt es wirklich, dass es früher eine Zeit gab, in der man draußen spielen konnte, in der wir frei waren? Ich wär gerne auch mal dort, da wo ihr wart. Ich schenk euch meine Tagesration, weil ich euch lieb hab. Lieb hab. Die Welt von morgen gehört uns, bitte von Dank für sie zu kämpfen, denn ihr wart gestern noch wie wir. Dankeschön! Dankeschön!